Wer stand das letzte Gefecht, damals, im Jahr 2007, also, als ich das hier geschrieben habe, noch auf zwei DVDs inzwischen, natürlich ebenfalls auf Blu-Ray verfügbar, wie oftmals, geht auch hier am Schluss noch die Luft aus und das trifft leider eben auch hier zu. Wie nur so häufig bei anderen Verfilmungen entweder, a. direkt vom Meister des Horrors selbst, oder b. denjenigen anderer Regisseure, die dabei wenigstens noch nach Adeptionen einer seiner Buchvorlagen gedreht wurden, ironischerweise. Und obwohl King hier selbst aktiv in einer kleineren Nebenrolle beteiligt wurde, Ist es gerade der Zeitpunkt von seinem ersten Auftauchen, so ungefähr am Ende der ersten DVD bzw. damals im Free-TV, Als die zweite Episode vorbei war, mit dem die gesamte Handlung vollkommen an Elan verliert und sich der gesamte Rest dann nur gezwungenermaßen zur Auflösung noch angesehen werden muss, Bin, und war, jedenfalls etwas froh wie erleichtert darüber gewesen, eben dies noch fast kostenlos im Fernsehen machen zu können, Anstatt dafür, wie vielleicht so manch anderer, herbe Enttäuschter, den Kauf oder Verleihpreis dafür gesondert entrichtet zu haben. Daher, nur daher, war auch die etwas spätere Bestellung dieser DVD und bzw. oder vorher bereits der VHS-Fassung nicht ganz mit einer krassen, unbewussten Fehlentscheidung verbunden. Was läuft hier also meistens so dermaßen falsch? Vielleicht sollte nicht immer so übertrieben ausführlich auf Nebensächlichkeiten eingegangen, Oder nun auch wirklich fast jeder Charakter oftmals völlig unnötig bis zu den Uranen. Und abgesehen, von hinterher sowieso noch ausreichend separat aufgelöster Erzählstruktur sowie Inszenierung, Abgehandelt bzw. vorgestellt werden. Hier trifft dieser dramaturgisch nicht immer bestens geglückte Vorwurf auch auf Steven Spielberg, Zu, dem ebenso häufig diese Fehler passieren. Immer wieder recht bedauerlich, dass es alles meistens gut beginnt, es wird genügend Spannung aufgebaut. Die Grundgeschichten sind oftmals reizvoll und interessant. Dann gibt es nur eben irgendwann ab so circa der Mitte den Knick oder auch Abfall. Bei mühselig auf Zeit schindend, absichtlich eposhaft gewollten Geschichten, Wobei das Ganze auch locker noch in den üblichen 90 Minuten hätte genauso abgehandelt werden können, Was manchmal besser gewesen wäre. Und so bleibt häufig das Gefühl dabei, Vor allem bei denen, die auch vorher das Buch gelesen haben, Dass manche Sachen mal lieber nicht bzw. dabei sehr frei und künstlerisch ausgelegt verfilmt werden dürften. Ausnahmen von dieser Regel, Wie nur mal der bis dahin als unverfilmbar geglaubte Herr der Ringe zum Beispiel, Bestätigen allerdings auch hier wieder genau diese Regel. Letztlich ist aber auch das Selbst wieder genauso nur rein subjektive Geschmacks- und Ansichtssache. Zur Story. In einem militärischen Forschungslabor für biologische Waffen entweichet durch einen Unfall. Ein tödlicher Virus. Das Gelände wird zwar noch vorläufig abgeschottet. Allerdings entkommt dabei ein kontaminierter Angestellter und seine Familie. Sie sterben zwar später ebenfalls daran. Aber es dauerte länger als kalkuliert und so verbreiten sie die Seuche. Captain Trip genannt, auf ihrem Fluchtweg quer durch die gesamten USA. Immer mehr Menschen erkranken so an dieser Art Supergrippe. Nur einige wenige scheinen zunächst unerklärlich vollkommen dagegen immun zu sein. Bis das aber genauer erforscht werden kann, sind die meisten allerdings schon bereits tot, kurze Szenen mit Alf-Nebendarsteller. Max reiht in einer seltenen Nebenrolle abschreckend. Und inzwischen auch gar nicht mal mehr so abwegig ist die hier gezeigte Entzeitstimmung. Mit Chaos und Plünderungen, sich selbst zu Mahnern berufenen falschen Propheten. Den Spruch bringt eure Toten raus gab es ja bereits witziger gemeint bei Monty Pythons die Ritter der Kokosnuss und vor allem, wenn Regierungs- und Militärangehörige damit anfangen, das Kriegsrecht auszurufen und sich ihre Art der Rechtssprechung bzw. der Gesetzgebung zurechtbiegen. Die Überlebenden werden in ihren Träumen von der alten Abigail Fremantel eingeladen. Sie auf ihrer Farm zu besuchen, hier so circa Ende der ersten DVD. Von dem Anwesen reisen sie dann später weiter nach Colorado. Doch eben nicht nur Mutter Abigail, sondern auch Randall Fleck, ein dämonisches Wesen, besucht die Menschen in ihren Träumen und fordert sie, mal sehr einfach, mal weniger erfolgreich damit, auf, zu ihm nach Las Vegas zu kommen. Jede dieser beiden gegensätzlichen Ansammlungen von Menschen erfährt nach und nach, dass sie in den endgültigen Kampf zwischen Gut und Böse ziehen sollen. Das Böse wird personifiziert durch Randall Fleck, die gute Seite eben über die Menschen der freien Zone. Alle machen Pläne, sie organisieren sich und bereiten die Entscheidungsschlacht, das letzte Gefecht vor. Mehr soll bis dahin noch nicht verraten werden. Vor allem für alle, die bis jetzt weder diese zwei DVDs hier gekauft, ausgeliehen und somit gesehen bzw. noch dazu das Taschenbuch gelesen haben und somit kennen. Auch klingt, wenn man es so liest, vielleicht es unter Umständen spannender besser. Als es dann beim ersten Mal ansehen sein könnte. Deshalb möchte ich auch nicht und unbedingt zum sofort ungesehen kaufen hier raten. Nur für weniger kritische Fans geeignet, bleibt also ein Ausleihtipp. das Ganze nicht und zum sofort echten Schiffen. Soll es dann beim ersten Mal ansehen? Soll ich ihr euch zuerst noch nicht darüber nach sehen? Gute. Soll ich es nicht aus? 可以 auf diese Zimmern zu sein? Ich muss aber auch nicht mit dem Schiffen rausgehen?